Schwer bewaffnete Polizisten stürmen an Gebäude in Glasgow. Offenbar hat es dort am Freitag einen Angriff gegeben. Mehreren Medienberichten zufolge wurden mehrere Menschen verletzt. Die Zeitung Daily Mail meldete drei Tote. Auch eine BBC-Reporterin twitterte, es habe offensichtlich drei Tote gegeben. Sie seien im Treppenhaus eines Hotels erstochen worden. Die Polizei habe den Angreifer erschossen.